So machst du ganz einfach selber Kartoffelpüree. Wir müssen Kartoffeln, bis sie weiß sind, in Salzwasser kochen und dann das Wasser abgießen. Mit einem Kartoffelstampfer machen wir die Kartoffeln erstmal klein und dann kommt Butter dazu. Nachdem sich die Butter und die Kartoffeln gut verbunden haben, würzen wir das mit Muskatnuss und Pfeffer. Dann kommt noch ein Becher Sahne dazu. Dazu passt noch Fleisch und grüne Bohnen mit Butter und Knoblauch zu wild.